Yo guys, well sup, the blue gangster is back with the 8th part of lightning returns, yo. Ja komm, wenn wir schon hier sind, weil wir müssen um, wir haben sowieso nicht mehr so viel Zeit, bis 6 morgens wieder ist und am nächsten Tag müssen wir sowieso nach Yusnan, deswegen Erfit, hier gibt es sowieso noch Sachen zu sammeln, ganz kurz bevor ich irgendwas vergesse. Okay, hier ist alles cool. Da war was aber wahrscheinlich nix wichtiges. Ja. So. Hier, whatever. Hier nicht, aber hier müsste was sein, jup. Alles klar. Der kommt immer von dort. Geht gar nicht. Traurig. Hä, was haben wir? Da haben wir vier Viecher verloren. Zieht ab. So. Gibt es hier noch was? What the fuck is wrong with that camera? Nope. Okay. Hier ist was. 1500 Kill, krank. Hier unten nichts. Hier auch nicht. Also müssen wir da hoch. Ja, was jetzt? Da. Okay. So. Yep, passt. Jetzt eigentlich. Genau. Hey, schau. Es ist der Savior. Ich habe dich erwartet. Was? Wie hast du das? Komm schon, Micah. Du weißt, was... Hä? Warte, du bist nicht sie? Ulrich. Was denkst du, dass du so ein Kostüm-Stranger machst? Was? Ich bin sorry. Entschuldigung. Mein Kind hat dich verabschiedet. Für unsere liebe Frau, Micah. Das muss ja sein Kostüm-Cast. Sie war genau das gleiche Farbe. Genau. Ein ganzes Fehler. Frau Micah ist der Liebe von unserem Gott, Benivelser. Was mit einer Kostüm-Kollern? Es gibt sogar die Kostüm-Kostüm-Kostüm-Kostüm. Ein Säviere. Das ist weil Micah gehört die Musik von Gott. Sie hat mir gesagt. Ein Säviere mit röse-kollernem Haaren, oder? Ja. Die Frau Micah. Sie ist eine wunderbare junge Frau. Sie ist immer wieder in Hilfe von der Krankheit und der Krankheit. Wie ich selbst. Wir haben uns seit Jahren für ihre nächste Besuchung. Ich dachte, du bist sie. Ja, auf jeden Fall. Die Mutter ist krank. Die brauchen die Rose, um sie wieder zu heilen. So. So. Dann hätten wir die Mission hier schon mal angenommen. Kann ich von dem jetzt was haben oder muss ich die Mission zuerst annehmen? Noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen später nochmal hierher kommen. Hier gibt's nichts mehr, gut. Da oben müsste es aber was geben. So, komm. Da, genau. Ja, er hat seine Verlobte verloren, irgendwie. Ja, sie ist irgendwie weg und er weiß nicht, wo sie hin ist. Filianer. 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 So. Ja, von mir aus. So, jetzt müssen wir für ihn, seine Frau, oder weiß ich nicht, was sie ist, finden. In Yusna. Und genau da geht die Mission weiter, aber da gehen wir jetzt nicht hin. So, den Ring zur Erkennung. Genau. Alles klar. Hier hoch, wir könnten eigentlich direkt raus. Deswegen ist dieses Teil eigentlich total unnötig hier. Außer es ist zu. Zu dem Typen können wir erst, wenn wir die Mission hier mit dem hier starten. Aber das können wir sowieso nicht machen gerade. Äh, das haben wir schon gemacht. Jetzt du hier. Ja, das müsst ihr kaufen. Das kann man auch nur einmal kaufen. Blablabla, das ist unwichtig. So. Jetzt. Wohin wollen wir? Wir wollen da nach unten. Das heißt, wir nehmen den Weg hier, weil der am kürzesten ist. Irgendwie trocken gerade, ich weiß, aber... Ich meine, der Tag ist eh bald vorbei, haha. Ja, und Lightning muss irgendwie nicht schlafen. Die ist... Der Savior, die hat unglaubliche Kräfte. Die ist das. So. Die zeige ich euch jetzt ein bisschen. Ja, das war's schon. Mehr gibt's denn nicht zu sehen. So. Mehr Seelensamen. Kommt noch jemand? Nein. Du bist ein bisschen schlafen. Ja, das ist wahr. Ich bin. Aber ich weiß nicht, dass es etwas, was ich fühle mich an, zu diskutieren, mit einem anderen. Tja, ich wollte nicht zu schlafen, zu sprechen. Mein... Oh, was... Ja, du bist eine Wichtige. Du kennst deine Vanille, die Gepriesene. Sie braucht einen bestimmten Stein. Vanille kann aber nicht raus, diese Gepriesene da. Deswegen muss ich das für sie finden. Simple as that. So. Einmal annehmen. Und wenn ihr das Tutorial, also dieses LP, genauso durchgegangen seid wie ich. Was? Zwischen 22 und 6 Uhr, genau. Ich werde warten. Meine lieben Säte. Ja. Sie hätte einfach nochmal sagen sollen, wo das ist. So, neben Mission. Nein. So. Kristallstein wieder. Zunächst Speicherstadt. Gut. Ich zeige euch gleich, wo Speicherstadt ist. AP-Fähigkeiten. Speicherstadt ist da. Sieht man gut genug. Da müssen wir jetzt diesen Kristalldings da finden. Das geht aber schnell. Hier sollte doch eigentlich... Okay, hier ist keiner. Ja, und dann müsst ihr genau um solche Uhrzeiten mit Leuten reden, weil die labern aus irgendwelchen Stimmen aus dem Jenseits. Was total verschickt ist. Und das sind total fremde Leute. Und der Typ ist einfach... Burn. Gangster, der Typ. Hier sollte eigentlich... Nicht hier, sondern hier. Okay, noch nicht. Gut. Alright then. Speicherstadt. Gut. Ist der kleine Junge jetzt da? Nein, der ist wahrscheinlich nur morgens da. Alles klar. Hier könnte das... Nein, tu ist nicht gut. Ja, wie auch immer. Das ist eigentlich unwichtig. So, jetzt gucken wir nochmal. Belagert. Uns fehlen noch ungefähr... Neun von denen und acht von denen. Ja, passt. So. Das haben wir abgeschlossen. Kühnheitsziegle haben wir schon gekriegt. Und... Lila Amulett haben wir auch schon. Alles klar. Weiter geht's. Die Dinger, die machen wir später. Jetzt geht's erstmal zur Speicherstadt. Geh mal außen rum, oder? Ne. Wir nehmen den Blick durch diese Chaoszone. Ich wollte eigentlich außen rum zu dem Typen mit dem Hut, um ihm die Seelensamen zu geben. Aber zieht nicht. Okay, dann halt kein Chaos. Ja, nachts ist es halt so. Und dem kann ich nix machen. Da ist in der Stadt auch nix los. So. So. Jetzt müsstest... Gehen wir mal Schritt für Schritt alles durch. Da. Da. Da hinten. Ja, Schattenjäger, den haben wir schon besiegt, falls du es nicht mitbekommen hast. Gut. Da ist es. Das ist irgendwie da drin. Und genau das ist das, was wir brauchen. Bla, bla, bla. Lass mich doch endlich dieses Ding da nehmen, Mann. Kristallmedaille, Brausmedaille, Kristallstein, Bäm. Genau. Ganz einfach. Hm. Wahrscheinlich. Ja, mal gucken, wer diese heilige Priesterin Vanille da ist. Ich meine, ja, es gibt ja eigentlich keine, die sonst Vanille heißen kann, aber man weiß ja nie. Ich meine, heilige Priesterin, come on. Ja. Ja, von mir aus gehen wir hier durch. Hier sollte es eigentlich auch Items geben. Also, ja, genau. So. 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 So einfach geht's. Weil es nicht... Nein. Irgendwo gab es ein One-Time-Deal für einen Kauf, auch hier in der Nähe. Das hängt auch mit einer Mission zusammen, aber ich glaube, da sind wir noch zu früh dran. Wie gesagt, ich habe das schon zu oft durchgemacht. Ähm. Ähm. Yo, wassup. Ähm. Und was denn? So. Hier. Gut, wir haben den. Jetzt dürfen wir da rein. Na komm. Jetzt kommt's mit Fang, also ist es doch Vanille. Das ist ein Dienstbotenschlüssel. Jetzt gibt er da rein! Ja, komm jetzt! Geht doch! Mission abgeschlossen. Aha. So. Äh, falsche Richtung. Hier waren wir ja schon. So. Ja, hier können wir nicht durch. Aber. Wir haben den Schlüssel. Haha. So, äh, ich glaub, da oben gibt's nix besorgen. Stopp, äh, wieder falsche Taste, was geht. So. Und, äh, falls ihr euch fragt, ich weiß, es kommt ein bisschen spät, falls ihr euch fragt, warum ist dieser Part so leicht, warum ist hier nix los, bla bla, ob ich so viel versprochen habe, des Dinges. Und es muss auch irgendwo Leerlauf geben, damit man diesen, diese Side Story und alles, und man sieht das krass aus, äh, alles durch hat, damit man wieder zu diesem, zu diesen kranken Sachen kommen kann. Äh, you know what, what am I gonna do, ähm, Kampf kann ich tun, das machen wir jetzt, weil es einfach nur episch ist. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Schutzgrad ist denn? Hm, das war nicht ihr Schwert, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Wo war ihr originale Schwert? War's das? Sturmklinge. Das war's. Und da hatte sie das. So. Fertig. Dann können wir jetzt, ähm... Ne, wie ging das? Das war's wie so, das Standard. Genau, mit Dreik, so. Jetzt haben wir das als Standard. Und jetzt wird's cool. Sieht auch einfach nur episch aus. Da ist sie doch. Haha. Leitling? Long time no see, Vanille. Du schaust gut. Und du hast nicht verändert. Du bist nur so, wie ich mich erinnere. Und ich und alle anderen. Aber du hast nicht so gesagt, wie du? Vanille. Wir kämpften zusammen einmal, ein langes Mal vor. Wir waren comrades in arms in einer Krieg gegen die Gäste, die mit der Human-Destinie gingen. Und am Ende dieser Krieg, sie sich verabschiedet hat. Sie hat sich in eine große Krystal-Krystal-Pillare. Riesing von den Plänen von Pulse, untertämpft ein Welt, voll von Menschen, sicher in den Skogen. Aber dann, 13 Jahre vorhin, sie zurückkommt. Und du wieder? Also, du zwei kennen uns? Oh, ja, wir sind zusammen seitdem ich aufgewacht bin. Great, so wie diese. Aber Fang ist nicht hier. Also, wir aufgewacht haben, und wir sind zusammen zusammen, aber sie ist weg. Und du hast entschieden, zu bleiben, unter der Schutz des Ordens? Du musst eine Chance haben. Uh-huh. Da ist etwas, was ich tun muss. Es muss ich sein, und es muss hier passieren. Hm. Es ist ein wenig, was ich hier verletzt. Es ist ein wenig, was hier passiert. Ich hätte gedacht, dass die Katedral der Ordenskarte immer wieder klar sein wäre. Ja, ja, ich weiß. Es schulde sehr. Ich verstehe. Aber jetzt wird es nicht lange sein. Du wirst bald wieder frei sein. Vanille, mit du bist du? Was ist das Ding? Oh, wind of sorrow. The lament of the dead. Can't you hear their voices? Lost souls crying out in pain and suffering. You mean this wind is the dead? Yeah, they've been drawn here, one after another. All the people who died after the chaos poured through the gate. They've been swallowed by the chaos and now they're trapped inside. I can feel it. All their sadness. All their grief. They're swirling around me. Every single cry feels like a dagger. Right in my heart. There must be so many millions of souls. And you feel all their pain? That can't be. Hey. Our world is being destroyed. There's no place for them to come back to. And there's no way for them to be reborn anymore. So they're caught in the chaos with their pain. They just can't escape it. The Order believes that the souls have to be saved from their sorrow. They say the only way to do that is to offer them oblivion. Vanille's job is to call them to her so that can happen. All of those souls at the same time? But Vanille, will you be able to handle all that? What? I don't have any choice. Besides, if she doesn't, can you guess what will happen? This wind has been building for years. Layers of souls. A black hole of pain. Try and imagine how much energy is inside. If it ever got out. All at once. It'd be the end of this world. And the future as well. Finally, I'm back. Did you run into a chaos infusion or something? Yeah, but don't worry about it. I'm fine. I'm glad to hear that. Oh, and Vanille was looking well. Don't you think so? Hope, is it me or do you sound happy? Does someone have a little crush? What are you talking about, Light? Of course not. Also, das war jetzt der Thriller des Abends. Was? Ihr wisst es. So, jetzt haben wir das auch. Was könnten wir noch machen? Ich gehe mal zu... Es könnte sein, dass wir die Mission hier schon anfangen können. Hier gibt es nämlich eine extra Mission. Ich bin mir aber nicht sicher. Ansonsten gucke ich, dass wir jetzt schon nach Jusen ankommen. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Mal gucken. Vielleicht habe ich Glück. auch nicht wieder zurück. Nein, noch nicht. Gut. Da müssen wir noch mit viel mehr Leuten labern. Aber diese Leute sind gerade nicht da. Weil es noch ziemlich spät ist. Ich höre den Typen im Hintergrund Kranker Typ Ansonsten gäbe es Jetzt gerade wirklich nichts Das wir hier machen Doch, 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 doch Das versuche ich jetzt schnell zu machen Wir haben zwar nicht genug Zeit Aber dann haben wir das wenigstens schon hinter uns Und das wäre ein sehr großes Plus Und deswegen machen wir das jetzt schnell Gut, dass ich da drauf noch gekommen bin Dann sind wir mit den Abendmissionen von Jusen Dann so gut wie fertig Das hier da vorne nehmen wir auch noch Ja, da war wieder No, ich weiß es Ähm Ne, kein Bock gegen dich Ich will gegen Fail Fail, genau, Fail knäulen und so So, jetzt Ich kann es immer noch nicht machen Bullshit Gut, dann nicht Dann teleportieren wir uns Und zwar Und zwar Hm Hm Wir gehen nach Jusen Sonst Sonst Vergesse ich das noch Sonst Oder gibt es was in den In den Wildlands Ne, das kommt später Das brauchen wir jetzt nicht machen Wir gehen jetzt erstmal nach Aber gibt es da auch was Lass mich mal ganz kurz überlegen Lass mich mal ganz kurz überlegen Wir da hingehen Das mit dem Ring können wir vergessen Ach, wir gehen jetzt einfach mal da hin Und dann gucken wir Und wenn nicht können wir uns immer noch woanders hin Teleportieren Das passt schon Und mein Controller sagt gerade irgendwie Wieder nein So Wir teleportieren uns jetzt einfach da hin Gucken ob das passt Und wenn hier nichts zu tun ist Dann halt nicht Ja So So Jetzt erstmal hier Ah, da gibt es schon was Etherspule Gut Zack Giftstachel Von Anubis Klar Zack So Setten wir dann auch Und jetzt gehen wir mal schnell da hoch Zweimal können wir noch die Zeit stoppen Und das gönnen wir uns auch Mit dir können wir Ja, die gehört zur Mission So Ja, der labert, labert, labert Den Ring zeigen So Verlobte, gut So Genau So jetzt Sehr schön So jetzt Genau 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 mhm so jetzt hier brauchen wir noch nicht reden in Luxurian geht es dann später weiter wir gucken jetzt erstmal hier so die Chocobo Mission die Mission mit dem Dings die Dings Mission die Mission wir fallen hier unten schon 5 Mission ein da ist 6 hier ist 7 da ist 8 9 ja gibt genug hoffentlich funktionieren die meisten wir gehen jetzt erstmal hier hin in Hoffnung in Hoffnung hä das können wir grad sehr gut gebrauchen ne oder grad jetzt fällt mein Controller aus Gangster achso stimmt ich Idiot die hat ja die hat ja gar keine Attacken fehl so braucht sie auch nicht ähm falsche Richtung I guess ja so so ist hier dann der kommt erst morgens ich dachte mein Controller funktioniert nicht fail wie der zieht mich nicht ich dachte grad what the hell so jetzt natürlich direkt wechseln diesmal so so vorbei und wieder genug EP zum Zeit stoppen krank alright hier ist eigentlich ah den hab ich noch gar nicht ausgelöst so sie kann zwar im Fight nichts machen aber so angreifen kann sie trotzdem so ich will direkt nochmal die Zeit stoppen sehr schön hä war da gerade was achso diese Dinger da gibt es auch eine Telefonnummer stimmt wo war denn das nochmal wir müssen an dem Poster die Telefonnummer finden ähm da hier war das gut dass ich mich wieder ah das war was von den Kleinigkeiten die waren wirklich sehr klein die könnt ihr alle hier lesen und euch denken ok what the fuck bla bla so schade dass die obwohl die sind da vorne wenn die da sind dann labern wir mit denen ja es ist so sehr schön jetzt haben wir mehr mehr EP als ich gebraucht habe für diesen Paar wahrscheinlich ok die sind echt nicht da aber die sind da und die sagen wir sollen am nächsten Tag am nächsten Tag das will ich noch nicht machen so der hat uns jetzt 200 Kill gestohlen schon wieder ja ja genau hm jetzt kann die Mission weitergehen Hope wollte schon Bescheid sagen war aber zu spät so ist hier die Telefonnummer nein die ist auf der anderen Seite wir müssen hier erstmal das hier nehmen miau miau choco ciao genau so Telefonnummer genau so Digga du Rex deine Musik ist nicht so gut wie von dem Pro aus Luxurien vergiss es ok ok die Mission können wir noch nicht machen hier gibt es immer noch nicht das worauf ich warte da haben wir schon alles das hier können wir nochmal nehmen und da kommen wir nicht durch also gibt es hier doch nichts wir gehen jetzt ein bisschen wir machen das jetzt so weil so viel Zeit haben wir eh nicht wir gehen jetzt in den Sand Part na da ist was zum sammeln kämpfen wir ein bisschen und dann sind wir auch schon bereit für den nächsten Part oder nicht komm wir hätten auch genauso gut wir hätten auch genauso gut in ähm Luxurien bleiben können und Failknäule und diese Dinger da zerstören können und das dann abgeben damit wir das hinter uns haben aber wir müssen sowieso nochmal wegen Mission nach Luxurien deswegen drauf geschissen das dann das dann ich jetzt fast wieder vergessen oh Gott nein weg man ist das nervig weg 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 ähm das kann alles weg das war das reicht jetzt auch für den Anfang alright war ich schon hier hinten letztes Mal als wir hier waren nö na das können wir noch gar nicht öffnen der ja das gehört auch zu einer Mission ob ihr es glaubt oder nicht so ähm ich guck mal kurz bei Heilgegenständen Übertrank überdrang Nektar nein den haben wir immer noch nicht benutzt damit können wir hier ne können wir auch nicht bescheuert aber hier hinten gibt's doch irgendwo da haben wir das nicht schon längst alles gemacht habe ich echt so viel vergessen nee oder warum ist es so leise im Hintergrund what the fuck ist wrong ja das macht mich auch irgendwie müde okay okay hier gibt's jetzt nichts mehr großartiges zu tun deswegen deswegen machen wir das so ich lauf zur Sicherheit nochmal an den Bahnhof yo wassup ja komm die machen wir auch noch just for the coolness so oh mhm 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 alright dann wären wir hier ok gut das passt hier ist noch nix da hinten ist oh nix passt dann ähm lasst sich die Zeit ablaufen und wir sehen uns dann im nächsten Part thanks for watching guys see you on the next part of Final Fantasy 13 lightning returns the blue gang says out peace